Musik Und das kann ich natürlich machen, ganz einfach, mit diesem Handy. Aber Reiner, wissen Sie, wie dringend ich ein Audi brauche, weil ich fahren lernen muss. Wir kommen zurück zur... Das neue, urbane Lebensgefühl, das spricht der neue Audi Q2 gezielt an. Die Stadt bringt Menschen zusammen, Menschen, die sich gerne verletzen. Die sogenannte E-Sig. Wir sagen oft, das Auto der Zukunft ist das Beste. Die Stadt zieheispers, die Stadt und die E-Sig. Wir sagen, das ist sehr gut. Sie sehen, die Stadt und die Stadt nachdenken. Sie sehen, dass Sie hier nü Westernen und so viele Einfluss werden! Vielen Dank.